Wir müssen jetzt alles daran setzen, Europa zusammenzuhalten. Dazu gehört, dass wir auch eine gemeinsame Linie vertreten. Und da bin ich doch einigermaßen überrascht, wie in der SPD unterschiedlichste Vorschläge jeden Tag kommen. Da wird einmal vom Vizekanzler eine Vertiefung Europas verlangt, zusammen mit dem EU-Präsidenten Schulz. Zur gleichen Zeit erklärt Herr Steinmeier, dass eine Vertiefung nicht sinnvoll ist. Ich würde raten, dass man sich auf eine gemeinsame Linie verständigt, die da heißt, dass wir jetzt zunächst einmal den Briten Gelegenheit geben müssen, sich zu ordnen.